Und die Federn davon haben wir so viel. Du kannst die glaube ich alle einfach nehmen, Erde produzieren. Kannst du fast nicht mehr viel mitmachen. Ja, die ganzen Federn meinst du? Das soll ich glaube ich auch damit machen. Ja gut, aber Federn brauche ich auch für Botanien. Das kann jetzt mal dauern, bis das fertig ist. Ich habe eben schon den Eier-Caves gewechselt. Da sind schon wieder 260 Eier drin. Toll. Natürlich Hammer. Ja, das Fleisch. Auch nicht kann ich unten mal schicken. Soll ich rausnehmen, das ranhängen. Dummerweise, wie krieg ich das jetzt dummerweise runter? 3-6 Reiche, aber es dauert ein bisschen, bis das fertig ist. Strom im Keller, Strom im Keller. Eins nicht beachtet, eins nicht. Den Weg nach unten wieder. Und dann habe ich, wie gesagt, da habe ich das gemacht. Dann habe ich beim letzten Mal die Insel gebaut. Also außer irgendwas zwischen dir guckt, wie viel bei den Mob-Items sind? Ne, noch nicht. Ach. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen umgebaut. Ein bisschen sehr umgebaut. Du Scheiße. Ich habe hier eine riesen Insel gebaut. Was ich mal mache kurz ist, von oben zeigen. So ein bisschen längeweiliger. Also in der einen Case sind 8.000 Enderpellen, im anderen sind 3.500 fast. Halt, dass man wieder in jede Richtung rausbauen kann. Sagt, da lang, da lang, da lang. Man muss ja Britannien nicht komplett auf der Insel machen. Man kann ja immer noch was anhängen und dann da ein Gebiet, da ein Gebiet, da ein Gebiet bauen. Abglas, deep storage. So. Apropos. Ja und die Case, ähm, die Air Case habe ich immer noch im Winter. Okay. Ja, hier wollte ich mich grad ein bisschen zu sehr ablenken lassen. Von, eben noch von Logistik Pipes. Mhm. Frage ist. Du Scheiße. Ja, das würde so gleich gehen. Würde ich hier das ganze Holz rausreißen wieder? Zack, zack, zack. So ausreißen. Die ganze Wolf. Die brauche ich nicht. Und dann mit Ender I.O. Ender I.O. Die, ähm, die Facades bauen. Dass ich halt da die Pipes langlegen kann. Drin. Muss dann nicht außen oder so sein. Ne. Sondern einfach mit den Facades. Einfach rauf klatschen, dass man die nicht sehen kann. Arbeiten kannst. Das passt ja ganz gut. Das ist doch so. Wahrweise schon. Ach, von Ender I.O. Von Buildcraft denn? Weil die Facades, wo du die Rohre mit abdeckt sind, von Buildcraft. Mann, die Ender I.O. Versades. Ach so. Das sind doch die Blöcke. Ja, das sind die Blöcke. Die du halt auch zum Leuchten bringen kannst. Dass du halt nämlich kein... Oh Gott, dafür brauchen wir wieder Gravel, Sand und Clay. Aber es geht eigentlich. Zucker. Das gibt's noch. Es gibt's ja auch Haden noch. Dann kannst du mit... Oh, Powerwise Obsidian. Wozu haben wir der Powerwise Obsidian? Für was haben wir Obsidian? Das dachte ich mir vorher auch. Oder... Obsidian? Ey, was wollte ich sagen? Also ich weiß jetzt schon, dass es ne zweite Treppe bald existieren wird hier noch im Keller. Irgendwas wollte ich grad noch sagen. Ich hab's schon wieder vergessen. Weiß ich nicht. Mach mich grad ablenken. Ne, wie gesagt, mit Leuchten. Dann kannst du... Brauchst du halt auch die ganzen Fackeln nicht irgendwo hinstellen. Dann kann man das besser ausleuchten, finde ich. Und die dämlichen Fackeln stehen hier im Weg. Boah, das sieht hässlich aus mit den Fackeln immer. Okay. Oder wie siehst du das? Apropos... Ja, fernst du doch nicht mehr so. Ich mach mal... Nacht auch an, ne? Und Regen auch. Die sind sinnvoll von nämlich ganzen Tag, 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 Tag. Ich hab's jetzt nicht mehr gerne. Ja, hab ich grad eingemacht. Mein Gott. Jetzt haben wir halt auch neue Mobs denn da drin, die... ...die rumfackeln. Grad mich, ob ich ein Nodes herstelle. Alles halt so gemacht, dass hier jetzt immer Gold mit durchgepumpt wird. Hin und her. Hatten wir die nicht letztes Mal schon? Nee, das hatten wir noch nicht. Haben wir noch die Alte? Weil du hast hier die ganze Insel ja hinten dran vergrößert. Und halt die Fresse hier, Mobs hier seid viel zu laut. Ey, bald. Ja, ihr habt's schon leiser. Gott. Ach ne, stimmt, ich hatte nur die alte Version. Hier musste ich für die Brains, für die Pfeile und für die Knochen... Ja, bald für die Strings auch. Und Grand Powder wurde auch noch vergrößert. Also das sind Items, die mittlerweile nur noch hier reinkommen. Die ganzen Pipes waren voller Brains. Die waren komplett voll. Aber ist schon ganz gut, dass die einfach nur noch im Kreis sind. Irgendwann finden die schon ein Slot, weil ich hab die Pipes am Arsch, ey. Ja, das ist scheißegal. Lass sie wandern. So lange das nicht so sehr dran zieht an der FPS. Bisher hab ich da nix gemerkt. Nö, nö. Deswegen, aber ist das ja egal. Ist nicht so störend. So, okay. So. Erstmal wieder komplett alles leeren, was ich nicht brauche. Genug geplappert. Ja, war ja wirklich eben ein bisschen viel. Strom, er pumpt ab. So, ich träume mich um zwei Dinge noch unten. Das, was ich machen wollte. Und was ich nicht auszwingen gemacht hab, ist... Einmal, zack. Ein Zeppling. Dann eine lexical botanja. Da haben wir das Buch. Welche tanks sind jetzt besser? Wiii. Willkommen, bla 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 bla. Laber nicht, laber nicht. Den Text sind es mir scheißegal. Okay, da sind die ganzen Histories, Basic and Machine, ja, brauche halt das Ding, den Pott und die Flaus, äh, oder die Flaus brauche ich auch und die Pott. Ich bin jetzt Harry Potter, Harry Potter? Und es wird dunkel. Ey, ein Wunder der Natur, es wird dunkel. Haben wir eigentlich noch Bücher gehabt? Also rohe Bücher? Ja, haben wir. Geil. So. Living Rock brauchen wir halt dafür. Und um Living Rock zu brauchen, brauchen wir die Pure Daisy. Und die Pure Daisy brauchen wir dann für diesen komischen, die Vogeltränke kann man sagen. Vogel, Mumpf, Mumpf. Okay. Zack. Das ist geil. Warum nochmal komm? Wenn du das Botanienbuch hast, ne, wenn du zum Beispiel auf dem Rezept bist, dann kannst du STRG drücken und dann, ja, STRG und dann lädt er das und dann landest du direkt im Rezept drin. Ist natürlich auch nice. Ist natürlich Hammer. So, ich geh mal pennen. Naja, toll, wir müssen beide pennen, ne? Ja. Weil Wacki Wacki nicht drauf ist. Wacki Wacki, wo ist denn das dann? Dann kümmere ich mich jetzt mit Sport, ne? Ja. Hier habe ich jetzt mal gemacht, dass wir da wieder reinwandern, zwischendurch, weil das ist noch so vollwert, dass er, oder hier oben so vollwert, dann anfängt zu stocken und dann weil er so plopp, 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 ploppt alles aus. Also Eisen, oh ja, oh, geht. Okay. So, dann brauch ich dafür nur normalen Cobblestone und halt die Blumen. Hattest du denn schon gemacht? Ja, ne? Was? Oh. Oh. Du müsstest mal deine Insel ausleuchten, ne? Welche Insel? Die Jackpot-Insel da hinten? Ja. Oh. So ein bisschen, ne? Jackpot. Ja, warte mal. Kein Problem. Ich weiß, wie ich dagegen ankomme. Ich geh mal eben zur Mob-Insel. Du meinst, weil wir so viele Bögen haben, so gute? Ja. Ich nimm ein paar Pfeile mit. Ich jag den Dingern erstmal pein in den Arsch. Wobei die Hälfte jetzt schon wieder disconnected hat. Ja. Geh. Piss dich von meiner Insel. Geh weg, du Kackkopf. Du bist schon mal weg. Sind alle weg? Ne, ja, nicht ganz. Ah, mittlerweile ist alles weg. Sind die spawnt. Guck jetzt gar nicht unter den Bäumen. Ey, ist ja noch nichts beleuchtet. Alter, hast du grad geschossen? Du Sack. Wichtig schaden. Irgendwie hat er noch drei Herzen. Wut du fuck. Ich hab grad keine Fackeln. Ähm. Ich aber. Musst du beide Inseln ausleuchten. Hängen ein paar an den Bäumen oder so. Wut du fuck. Hallo Enderman. Was geht's? Bande an der Backe. Lass mich wieder wegpacken hier. Ah, die Inseln sind nicht. Sind halt, ne. Ich sag mal, unausgeleuchtet. Ne, überhaupt nicht. Also, sie weisen auf jeden Fall Makel auf, dass die beleuchtet sind. So ein bisschen, ne. Ein bisschen. Kannst. Weil, hier drin baut der fuck in rein, aber die Inseln ausleuchten auch scheiß drauf. Klar. Komm her, Enderman. Ich gehauen, aber ich will keinen Krieg. Sind wir Freunde Enderman? Auf. Mein Gott. Was fehlt mir denn jetzt hier? Ivan Bars hab ich da. Ivan und. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Was ist denn dein Problem hier, ey? Klaas. Der nimmt auch Klaas ein über. Hä? Hm. Keine Ahnung. Damit du auch immer fahrsetzt. Äh. Keiner fuck in mir. Okay, ich will den Puls. Und nicht komplett ausgleichen. Ich will den einen Tank bohren, der geht gar nicht. Der Puls, ach, den Fluid Tank von Ender, ja. Kann ich gar nicht kräften. Verkommisch. Hm? Hm. Welchen denn? Den Fluid Tank. Nicht den Pulswink, sondern nur den Fluid. Kann ich das Rezept hier reinmachen, aber es funktioniert nicht. Oh, gerade zwei gleich. Vielleicht ist das ja auch ausgestellt. Und du kannst nur den anderen, den Pulswink, Fluid Tank bohren. Das weiß ich noch nicht, aber das ist egal. Äh, Portable, Harden Portable, Harden Portable. Wie passt denn hier rein? 32.000. 8.000. Ja, wie jedenfalls ist das natürlich übertrieben. Harden Glas. So, ähm. Noch mal. Aber das ist ja aber nicht schlecht. Harden, das kostet ja nur Ingwer. Ingwer. Iron. Nickel. So, das ist der Port. Ich glaube, ich mache dann gleich ein paar mehr davon. Hab ich denn noch Nickel? Nickel, Tin, 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 Tin. Da ist Nickel. Wir brauchen die Pure. Für was brauche ich noch Nickel? Um Living Rock zu bauen. Ich brauche mir die Pure. Da müssen wir Steine setzen. Oh, du brauchst was zum Brennen, mein Freund. Mana's Reader. Da brauchen wir noch Gold für. Und kurz Mana's Reader. Da um. Äh, ne, 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 ne. Ich habe kein Strom für dich. Äh. Invaa. Invaa. Ja, dafür brauchen wir dann Mana in Mana's Stealing jetzt. Jetzt übertreibt er wieder. Er sagt, ja. Um den Verteiler zu bauen. Weil der Mana Distributor... Der war früher nämlich nicht dabei. Keine Ahnung. Nö, ist nicht so. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, nichts. Ich brauche nur. Oh, sag ich nochmal mit klarkommen, ey. Jetzt, dass du damit klarkommst. Da. Und die kann ich wenigstens bauen. Oh, Völschluss Rezept. Ich brauche das hier. Ja, 16 Stück. Oh, ich habe kein Glas mehr. Das ist aber kaka. Ich glaube eher weniger, dass ich noch Glas habe. Die höchsten sind ja bei weißen 3, 2, 3, ne. Ja.